Yo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja wie ihr seht Freunde bin ich quasi alleine, der Sinan ist in der Heimat und ganz ganz liebe Grüße gehen hier raus. Ich habe nichtsdestotrotz unglaubliche XRP News für euch, besonders hier nochmal zur Ripple vs. SEC Klage. Wieder zwei verschiedene Meinungen und zeigt finde ich nochmal wie unsicher gerade es aktuell um dieses Thema ist. Die eine Partei sagt, dass SEC Berufung einlegen wird, die andere Partei auf gar keinen Fall Berufung. Schauen wir uns nochmal genau an und nehmen wir auseinander. Dann die zweitgrößte Privatbank der Türkei, ja will XRP, steht hinter Ripple, schauen wir uns auch an. Also auch hier in der Türkei soll Ripple am Start gehen, unglaublich interessant und weitere News. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen, besonders jetzt wo Sinan gerade nicht da ist und ich alleine bin. Dann würde ich gar nicht lange rumlabern, in diesem Sinne rein in die Olga. Einsteigen und Bitcoin kaufen beim Marktführer. Spitpanda. Der FC Bayern ist Krypto, da muss ich doch dabei sein. Als erstes muss ich hier erstmal auf den Markt eingehen. Wir sind hier beim Fear and Greed Index, aktuell bei 54 und gehen jetzt wieder in die grüne Zone. Ja Freunde, was soll ich sagen, ich bin unglaublich bullish und Bitcoin hat die 65.500 der Marke jetzt auch wieder geknackt. Wir gehen auf jeden Fall Richtung All-Time-High. Die Oil-Coins werden die nächsten Tage definitiv mitziehen. Auch XRP als Spätstarter. Jetzt, wie gesagt, müssen wir nochmal warten, was mit der SEC-Klage abgeht. Schauen wir uns jetzt an, denn das finde ich wirklich unglaublich. Hier haben wir wieder zwei verschiedene Meinungen, die mir zeigen, wie unklar und wie spekulativ das aktuell hier alles ist. Und zwar Fox Journalistin sagt, dass SEC wahrscheinlich Berufung gegen Ripple-Urteil einlegen wird. US-Senatskandidatin reagiert hier drauf nochmal. Und zwar ein ehemaliger SEC-Anwalt sagt, dass die Regulierungsbehörde wahrscheinlich Berufung gegen das Urteil von Richterin Annalisa Torres vom Juli 2023 zu den programmatischen Verkäufen von XRP durch Ripple einlegen wird. Also nicht auf die Entscheidung in diesem Jahr, sondern aus dem Jahr 2023 wurde entschieden, dass XRP kein Wertpapier ist. Da haben wir hier auch nochmal stehen, Richterin Annalisa Torres liest im Juli 2023 die Entscheidung über programmatische Verkäufe und erklärte, dass es sich bei den Transaktionen nicht um Investitionsverträge handele. Und obwohl die SEC versucht hatte, sofort Berufung einzulegen, um die Entscheidung aufzuheben, ordnete die Richterin an, dass sie warten sollen, bis alle Fragen der Klage geklärt seien. Und da der Fall vor dem Bezirksgericht abgeschossen ist und die Berufungsfrist am 7. Oktober näher rückt, deutet ein ehemaliger Beamter der SEC an, dass die Regulierungsbehörde wahrscheinlich Berufung gegen das Urteil zum programmatischen Verkauf einlegen könnte. Und laut Tarratt glaubt die SEC, dass die Richterin falsch lag und die Entscheidung nicht mit den rechtlichen Standards übereinstimmt. Und daher befürwortet die Kommission eine Berufung zur Aufhebung der Entscheidung vor dem US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk. Und hier nochmal Freunde, ich glaube, dass das auf keinen Fall passieren wird oder wie gesagt, dass sie es versuchen können, aber dass sie auf keinen Fall damit durchkommen werden. Wir haben mehrere Bestätigungen von Gerichten, dass dies ja rechtens ist und dass sie der Meinung von der Annalisa Torres sind. Schauen wir uns aber den anderen Artikel an und hier nochmal ein Statement von der Ripple-Präsidentin. Ja und sie spricht hier offen über die Entwicklung und Pläne des Unternehmens, während der langjährigen Rechtsstreit zu Ende geht und XRP vom Gericht klargestellt wird, dass es sich nicht um ein Wertpapier handelt. Hier nochmal Ripple bekommt klare Sicht, da die SEC-Klage vorbei ist. Das Statement von Monika Long. Ja, die Klage der SEC gegen Ripple Labs ist beendet und das Gericht hat entschieden, dass XRP kein Wertpapier ist. Jetzt Monika Long sagte, der Sieg sei für die gesamte Krypto-Industrie von Bedeutung, da er einen Präzedenzfall schaffe und mehr Klarheit über die Regeln bringe. Wir haben es jahrelang so gesagt, es ist unglaublich wichtig. Hier muss jeder zusammenhalten in diesem Krypto-Space. Das ist ein großer Präzedenzfall für den ganzen Kryptomarkt. Ja, Freunde, es ist auf jeden Fall ganz schwierig, das Thema. Wir haben sehr viele verschiedene Meinungen. Es gibt mehrere Stimmen wie Mark Fargel, James Farrell, die berichten oder die glauben, dass der SEC in letzter Minute mehr Einspruch einlegen wird. Dann haben wir mehrere Experten pro, also auch alte Pro-SSC-Anwälte, die behaupten, dass dies nicht mehr passieren wird. Von der Ripple-Führung, die natürlich auch hoffen, dass das nicht passieren wird. Jetzt müssen wir natürlich abwarten und schauen, wie es hier weitergeht. Ja, und wenn das nicht passiert und die Berufung eingelegt wird, dann wird das auch kein Drama sein. Es wird vielleicht kurzfristig Rücksetzer geben, aber ich denke, dann langfristig werden wir trotzdem wieder hier sehr stark profitieren können. Es ist einfach ein Projekt, was das geschafft hat, was noch kein anderes auf diesen Markt hingekriegt hat und in Zukunft auch schaffen wird mit den krassesten Partnern, wo wir jetzt auch nochmal hier drauf eingehen. Die zweitgrößte Privatbank in der Türkei unterstützt jetzt XRP. Ja, die Türken sind jetzt am Start, dass wir Zinan definitiv freuen. Schauen wir uns hier nochmal an und zwar die Garantie BBVA, die zweitgrößte Privatbank in der Türkei, hat ihr Angebot an mobilen Krypto-Apps um XRP erweitert. Und zwar hier nochmal, die prominente türkische Bank gab diesen Schritt in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung bekannt, die über ihre offizielle Website zugänglich ist und wies darauf hin, dass sie jetzt Dienstleistungen für XRP anbieten. Also auch hier Türkei definitiv am Start und Bullish auf XRP. Dann haben wir nochmal hier diesen Tweet, der uns zeigt nochmal diesen Unterschied zwischen Zwift, also dem aktuellen Zahlungssystem und Ripple. Lassen Sie uns über internationale Transaktionskosten sprechen und wussten Sie, dass die durchschnittliche Zwift-Zahlung 20 bis 50 US-Dollar pro Transaktion kosten kann. Im Gegensatz dazu ist eine Ripple-Transaktion oder kostet eine Ripple-Transaktion nur 0,00001. Ja und dies hat nicht irgendjemand gepostet, dies hat LinkedIn gepostet, ein unglaublich großer Ripple-Partner. Passend dazu möchte ich auch nochmal auf diesen Tweet der Europäischen Zentralbank aufmerksam machen. Und hier sagen Sie, ein digitaler Euro wäre eine digitale Form von Bargeld, die für jedermann verfügbar ist und überall im Euroraum akzeptiert wird, sagt Direktoriumsmitglied Pire Kipollone. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall würde es allen beteiligten Verbrauchern, Händlern und Banken greifbare Vorteile bringen. Ja Freunde, natürlich sind wir nicht Freunde von CBDCs, also digitalen Zentralbankwährung. Natürlich, wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir ein zentrales, ein dezentrales Zahlungssystem wie Bitcoin wünschen oder das natürlich auch Bargeld bleibt. Aber das ist nicht die Realität, Freunde, deswegen müssen wir schauen, wie geht es in Zukunft weiter. Hier wird es jetzt schon langsam angeteasert und sie wollen es immer und immer wieder der Bevölkerung mitgeben. Und dies wird in Zukunft auch hundertprozentig eingeführt werden. Aber was hier nochmal sehr interessant ist, ist genau hier dieser Tweet und die Digital Euro Association, also DIA, freut sich, ihre Partnerschaft mit Ripple als unterstützenden Partner bekannt zu geben und gemeinsam am digitalen Zentralbankwährung CBDCs zu arbeiten. Digital Euro Association und das 2022, Freunde. Wir haben damals, wo das rausgekommen ist, auch darüber berichtet und das ist unglaublich bullish, wenn wir diese ganze Verbindung jetzt wieder sehen, auch mit dem Rechtsstreit. Also jetzt mal wirklich, man muss hier einfach nur eins und eins zusammenzählen, die Puzzleteile zusammenstecken und dann wissen wir, was in Zukunft mit diesem Projekt auf uns zukommt. Aber was soll ich sagen, Freunde? Informiert euch selber, schaut euch diese Projekte selber an. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal ein Projekt mit reinnehmen. Wir haben ganz, ganz früh, also wo wir mit YouTube angefangen sind, über dieses Projekt berichtet. VeloLabs, unglaublich interessant, meiner Meinung nach. Der Berater dieses Projekts ist der Gründer von XRP und XLM, der Jet McCaleb. Also auch hier unglaublich interessant, hat in den letzten Tagen ja noch schöne Anstiege gesehen und ich glaube auch hier im Bereich Real World Assets wird da noch sehr viel auf uns zukommen. Hier natürlich keine Anlage, Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung, aber schaut euch solche Projekte definitiv auch mal an. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ganz, ganz liebe Grüße, gehen raus hier an Sinan, genießt die Zeit. Ich hoffe, du wirst noch ein bisschen Sonne mitkriegen und dann sehen wir uns die nächsten Tage hier wieder vereint zurück. Ich werde auf jeden Fall die Stellung halten und würde mich über ein Like, Abo, Kommi freuen, dass ihr mich hier unterstützt. Und schaut natürlich auch gerne in der Videobeschreibung bei uns an Werbepartnern vorbei. Bitwabo aktuell 20 Euro Bonus, bei Bitpanda gibt es geile Vorteile und beides regulierte Börsen in Deutschland. Schaut gerne vorbei. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan, Louis, Beo, Doppelz, sagt von Herzen Dank.